Willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2 Heute auf einer weiteren Schlacht auf Tatooine und zwar die Belagerung von Mos Eisley in der Galaktischen Kriegskampagne Ok wieder ein paar Szenen aus Episode 4, sehr cool Ja ich glaube diesmal schwimmen wir als Rebell, ich bin mir aber nicht sicher Ich hoffe Imperium wieder, weil es macht mir am meisten Spaß Ja ja ok Imperium nice und sogar Vader ist dabei, sehr cool Oh ja wie cool, Shadow Trooper Den probiere ich direkt aus Der ist nur eine Art, so einen schweren Schuss drauf, mehr oder weniger Oh, der zum kleinen Boost Jetpack Oh mein Gott Minus 1, weil es zivilistisch tut mir leid, aber ich will das einfach nur mal ausprobieren Ah ne, das ist so eine Art Shotgun, auch cool Ich kann leider nicht im Sprung schießen, ist ein bisschen schade Ich habe auch ein bisschen OP gerade gewesen, an dieser Mauer Okay das war gemeint Ich habe mich zu diesem Geschütz gelockt Aber der Shadow Trooper macht übelig Spaß Ist jetzt die coolste Einheit im ganzen Spiel, sage ich Noch eine Zweitwaffe, ja ok, bin schon mit Blaster Aber stark auf weitkämpfe Ich bin fast tot Und ich muss doch irgendwo ein Heilungsräder sein Ja hier, mein Gott Ich höre auch schon Vader Der ist in der Nähe Könnte auf jeden Fall seine Hilfe gebrauchen Ah, das ist sogar die Kantine hier, wie cool Wow, wenn man ganz so hintertört man sogar den Katina-Song Da ist er, Nordwader Da ist er, Nordwader Wie cool Noch ein Shadow Trooper Boah, das ist schade, dass die nicht in den neuen Weltfront irgendwie auftauchen Das sind echt coole Einheiten Die ich mir richtig geil vorstelle in der neuen Ära Okay, stark Es kommen auch in den Hangar hier rein Aber das sind sehr viele Gegner Da muss ich aufpassen Die Schütze ignoriere ich einfach mal Den möchte ich mich unten anlegen Die Schütze ignoriere ich mich unten anlegen Die Schütze ignoriere ich mich unten anlegen Wer schießt denn denn die ganze Zeit Raketen rein? Sind die feucht? Der hat den Heilungstruinen zerstört Boah, das ist sogar der Darth Vader Wieder Vielleicht bekomme ich mal ordentliche Hilfe hier Das einzunehmen Ja, das ist sogar der Bewertungen in den Höhen Loser 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 ich will jetzt noch diese schilder einheit spielen in verfügbar ist sie macht ja unfassbar spaß und da ist auch noch einer oder sogar zwei sie ist nicht genau zwei ok also dieses geschütze benutzen da treffe ich jetzt niemanden hier ist noch einer und dann der ecke sind die letzten jedoch nicht einer film beim hangar höchern übersehen die naja sieg es wird auf jeden fall eine weitere folge von stars berth und classic das ist dann beim nächsten mal wieder und wie immer möge die macht mit euch sein